Hier oben und ich seh' da nix. Das ist schon in die Gasse. Äh, Carsten sind ein paar rum. Das war meiner. Oh Gott! Oh Gott! Äh, rechte Ecke, Delta 6, Leute. ATM, sonst leider. Und dahinter noch irgendwas mit Behörden. Delta 6, 2 Max. Ich bin ja fast da. New Target acquired. Ich bräuchte mal'n Lock. Lock, ich bräuchte'n Lock. New Target acquired. New Target acquired. New Target acquired. Light Gaussmann Spaß. Target destroyed. New Target acquired. Target acquired. Target acquired. Links, Delta 6 stehen... Oh fuck, Lima Blatt, der ist bloß frisch. Äh, auf Echo 6. Delta 6 sind, äh, Roller. Roller? Vorhin ich hab's schon da noch neu gemacht. Naja, hier, äh, da ist schon diese Dinger mit ECM und... Ach Gott, ey. Das sind ne Kackpositionen. Diese Defensive, was die da machen... Besser ging's ja. Nicht richtig schießen. Ja, da ist ein bisschen Käuschen. Delta 5, okay, ja. Ja, zieh mich mal'n bisschen zurück. Target acquired. Wie viel Schaden mach ich, wenn ich, äh... Auf 1500 Meter, lohnt sich das? Oder soll man die Munition ersparen mit Light Gauss? Wenn bei mir 931 dran steht. Was? Was machst du noch? Bei RC2 oder was? Nee, bei Egon. Das ist leid. Ja, genau. Oh, Lurms, super. Ja, ich hab's gesehen. Was? Die Lurms, wie auf dein Javelin drauf fliegen. Die stehen halt so, dass ich die nicht Süd-Lurmen kann. Ich hab hier keine richtige Position. Ich hab hier keine Informationen. Ja, ich würd die Blutarschen mir gerne aufschalten. Aber es ist schlecht. Target spotted. New Target acquired. Kann man besser. Ich geh jetzt hier so'n bisschen nach Delta 4 und gucken, ob ich die Flaschen mehr haben kann. Ah, da ist irgendwas medium-mäßig. Ah, nee, es war eine Flasche. Hey! Erstmal, dass jemand auf mich schießt in dem Match. New Target acquired. Ist das gut? Meine Fresse, Alter, dass der Lok wieder weg ist. Ich bin wieder ATM scheiße, Alter. So. Jetzt hab ich nur noch ECM wechseln und bleib bei mir. Stand by me. New Target acquired. Ey! Wo kommt die zahle her, ey! Wo? Wo kommt die jetzt alle her? Jetzt für immer hier eine drüber guck hier. Scheiße her. Aber ich würde das erzählen, ich gute Leid zuerst zu werden. Also wenn man jetzt mit kleiner Intim-Spiele... Alter, wir sind... Da rennt der mir in die Beine, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Alter, ein Geschloss, ey. Schein Schorli-Idiot. Das ist ein nutzloser Penner, ey. Ich laufe hierher und werde so... Ist so geil, der Mech! Ach so, wegen dem Klee-Pisser, weil sich Kinder um den kümmert. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich brauche mehr Mut in dem Ding. Das hat keinen Wert. Scheiß Schorli-Hetze. Also ich habe in dem Ding 250 Rounds Light Gores und die sind jetzt gleich weg. Und ich habe totalen Scheiß zusammengespielt und muss mich ja auch nicht wundern für diesen Mist, den ich hier verwendet habe. Da kann doch die Schorli-Hetze-Strand händen. Ich bräuchte die Jungs ein bisschen näher an mir dran. Lorde, ihr versucht dir ein bisschen EZM zu geben. Wieso bin ich denn das so? Ich habe hier zwei in der Axt drin, die machen beide 25 Schaden. Aber ansonsten... Cool. Mach mal. Ja, wie gesagt, ich brauche ein bisschen... Oh, jetzt kommt's hier, Braun. Ja, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Wenn man mich hier durchlassen würde, Alter. Wer steht denn da jetzt in der Tunnel? Ey, der scheiß Grüne hier. Oh, wirft denn keiner eine ULV, Alter. Alter, ich will doch nur schießen. Was ist denn jetzt hier mit euch nicht richtig? Ja, warum schießt der mir jetzt in den Rücken, Idiot? Ich will mich jetzt hier nicht aufregen, aber das ist jetzt wirklich Sabotage, ey. Ja. Ich komme, Betty. Wo gehen wir hin, Betty? Mal kurz hierbleiben. Position verteidigen. New target acquired. Ich glaube, ich muss ja echt Cockpit Screenshake dann skillen bei dem Ding. Du kannst ja nicht zählen, wenn... So, ich muss nicht weiter. Aber nach rechts nicht nach links. Also der muss natürlich noch fallen da, aber der ist schon so gut wie dort. Also nicht Druck gemacht. Also irgendwie Missile, die mich hier gerade irgendwie... Ach, da ist ein ULV oberhalb von uns. Also ich habe jetzt...